Stefan Mross und Eva Luginger, große Sorge. So gefährlich ist ihre Liebe. Die Sorge um Stefan Mross wächst und wächst. Und seine Freundin Eva Luginger schaut einfach weg.Teufel Alkohol hat ihn fest im Griff. Das könnte eine Zerreißprobe für Stefan Mross neue Liebe sein. Doch auch seine Eva Luginger schaut offenbar gerne tief ins Glas. So präsentiert sie sich jedenfalls öffentlich. Wie soll Stefan da nur trocken werden? Stefan Mross, wie große ist die Gefahr? Stefan Mross hatte es schon einmal geschafft, vom Alkohol loszukommen. Doch da hatte er seine noch Ehefrau Anna Carina an seiner Seite. Seine neue Liebe Eva dagegen lebt nicht gerade abstinent. Schon wieder wurde der Moderator dabei beobachtet, wie er dem Alkohol reichlich zusprach. Während eines Auftritts von Eva in Geißenhausen, Niederbayern, genehmigte sich der Sänger ein Bier nach dem anderen. Das berichtet zumindest das neue Blatt. Warum nahm Eva den 47-Jährigen mit in das Konzert? An einen Ort, an dem er dieser großen Versuchung ausgesetzt ist. Sieht die 35-Jährige keine Notwendigkeit, ihm zu helfen? Und findet seinen Konsum gar nicht so schlimm? Nun ja, so überraschend ist das nicht. Eva trinkt selbst gerne eine Massbier. Als Sängerin, die häufig in Bierzelten auftritt und mit Bierseligen feiert, scheint das ganz normal zu sein. Und für eine gebürtige Niederbayerin ist das Gebräu nun mal Tradition.